Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, man freut sich auf solche Stürmer, man will sich mit den Besten messen und ja, dann will man einfach schauen, dass man, klar, die Stürmer dann im Griff hat und das Spiel positiv bestreitet. Ja, wir wissen, dass wir das Hinspiel nicht sehr positiv bestreiten konnten und haben da auch sicherlich noch einiges gut zu machen. Und ja, das wollen wir natürlich morgen als Mannschaft zeigen, geschlossen agieren und ja, natürlich auch gerade für mich als Verteidiger ist natürlich zu null spielen immer ein Ziel, was man vor Augen hat und ja, ich denke einfach, dass hauptsächlich das Ergebnis der Mannschaft zählt und wir morgen das Spiel gewinnen wollen.